was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von vorspoken so many friends wir sind schon fast am fiel erobern aber erst einmal das dörfchen hier so die ersten zwei haben ja den hier das wird lustig Ja, in hier. Shit. Huch. Right? Gleich kommt ein Knaller! Gleich kommt ein Knaller! Alles klar! Bleib ruhig da stehen, ist kein Ding! Warte einfach, bis du bereit bist! So, dann steht nur noch er da! Ah, ne doch nicht! Gleich gibt's aufs Maul! Gleich gibt's aufs Maul! Nice one! Das war ein bisschen mühsam! Nur ein bisschen? Hoffentlich ist es jetzt was Gutes drin! Neuer Heilsgeld, okay! Ach du Scheiße ist das? Entweder gehört ihr das Seiler, oder sie wollten ihn ihr überreichen! Ich weiß ja nicht so recht, aber kann wohl nicht schaden! Schauen wir doch mal was interessantes hier in den Nägeln haben! Nichts und niemand zu sehen! Hast du versehentlich alle vergrault? Wieso versehentlich? Was ist das? So, dann haben wir das auf! Hier haben wir dann noch was! Oh, wie geht's! Mann! Hier geht mir nicht grad das Herz auf vor Freude! Sie ist von der positiven Seite! Vielleicht sind die Einwohner alle nach Siebhol geflohen! Stimmt! Kannst du nur hoffen! Warte! Was ist das? Was ist das? Warte! Was ist das? Ich spüre Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Ja, ja. Augen auf. Schon kapiert. Okay, let's go. Heilen-Effekt. Nice. Bei uns sind ein paar, aber hier scheint noch was zu sein. Eine Kiste. Das haben wir auch schon. Hölle haben wir auch schon erkannt. Und... Ruin, eliminierte Feind. Danke, Mann. Wow, hier sieht's verdammt anders aus als Enginon. Waren ist wie ein Fingerabdruck. So einzigartig wie ein Verstand, der dir hervorbringt, ist auch der Irrsinn. Holy Bobby. Ähm... Probieren kostet nichts Okay Das ist eine Chance Jetzt bist du dran Stirb Ihnen tut doch was Bitte sehr Okay Habe ich nicht Schere Ranken Ranken Vergiss nicht zu raten Dann bist du nie ein Treffer Nicht hilfreich Oh Oh Das könnte wehtun Ich brauch mal Hilfe Hallo bleibt verstehen Gleich tut's richtig weh Gleich tut's richtig weh Nimm das Okay Nächste weiter ist incoming Absperrung Uh Ah Das werden nicht weniger Das werden nicht weniger Keine hilfreiches Zustand Sie sind verloren Erlösen sie von ihrem Leid Du musst jede Schwäche des Gegners ausnutzen Hörst du jetzt etwa den Super Schurken raus? Nice Haha Natürlich Das nehme ich mal mit Sieht aus, als wäre die Luft rein Fühl dich nicht zu sicher Ja, man sollte sich nicht in Sicherheit wagen, aber Hey Es ist doch gut gelaufen Kann man auch nicht meckern Kann man auch nicht meckern Hast du auch nichts vergessen? Nein Ja Wäre schade etwas wertvolles zurückzulassen Nein Sehen tut nichts Liebes armbändchen Was ist doch stein? Ach doch stein Dann kommen wir noch hier oben Was sind denn die? Mach dich auf was gefasst! Okay! Ach du Ach du Ach du Alter Guck dir nach Ich glaub das waren alle BAMS! Sieht so aus Gute Arbeit Danke. So, aber liebe Leute, ich würde sagen, bevor wir dahin gehen, war es das zuerst mal hier an dieser Stelle. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht, ich supporte es kein Mord, ihr wisst ja, wie es läuft, bis zur nächsten Folge. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.